Ein Blinder malt. Und es liegt Montag am Sonntag. Willkommen zum nächsten Bild von mir, eurem blinden Maler Zatoichi. Heute male ich wieder freihand. Ich male einen Hundenmatz. Als nächstes das Futter. Der ist schön voll. Ein bisschen was. Liegt auch noch. Daneben. Weil der kleine Racker stürmisch gefressen hat. Und damit wir jetzt noch wissen, wem dieser Napf gehört, schreiben wir es drauf. Ich schreibe einfach Hund. Dann kann es jeder zu seinem Hund an den Fressplatz hängen. So. Das ist der Hundenapf. Ich hoffe, ihr gefällt euch. Und wir sehen uns.